Was machen die denn in den Lanes? Fortune Evelyn? Ja, Roaming Eve, ne? Damit ich aber fast keine Amumu hab, weil Uli ist doch ein bisschen stärker, wenn er counter-jungled wird, als Amumu. Gibt's doch direkt ein Pink Ward. Ich hoffe, ich hab Kartos in der Mitte. Äh, mit Fizz, gegen Fizz wirst du unglaublich viel Spaß haben, oh wait. Oh wait, Fizz ist ja nicht ungefähr der größte Counter für alle AP-Champs in der Mitte. Nein, Quatsch. Damit kann ich leben. Vielleicht kommt... Die Kartos! In Wids and... Cover! Noob Lords, Covern! Und... H- H- Nein, nicht Hardpool nochmal. Nein, wir werden jetzt nicht, hätte ich meine Bear Stands geskillt und nicht meinen Phoenix. Das ist ja natürlich nicht mein Problem jetzt. Ja, das ist auch nicht mein Problem, wenn du alleine in Waders und dann stirbst. Ich helfe dir nicht. Die Evelyn wird jetzt natürlich scouten wie ein Gott mit ihren 10 Sekunden-Ding. Scheiße, stimmt eigentlich. Cookie, du läufst falsch. Warum? 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 Das ist doch voll gut, wo... Äh, Turi... Oh, nee. Doch, das... Äh, doch. Turi läuft doch auch gut, die läuft doch beide richtig. Ja. Das kann aber ich von hier, das kann die Evelyn nach ins Sofa stecken. Oh, ha, 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 ha. Oh Gott. Werden die mich machen, oh Gott. Werden die mich hier machen. Das ist gerade mein Nummer aus, dass du noch etwas kennst. Was? Don't make me. What? Vielleicht nimmst du eine Nachhilfestunde in Fremdsprachen. Übrigens, verlasse ich nie auf Jans Ulti. Jan Ulti mich, Jan Ulti. Ja, ich hab mich nicht gefunden. Ich hab wirklich nicht so viel das tötet, genau. Ich hab mich nicht so viel das tötet. Olaf hat mich halt getötet. Die ist ja nicht schlimm. Äh, Cookie? Ja? Könntest du für mich die Wölfe damage und Orianna vielleicht auch? Ich hab keine Angst, dass das... Ähm, hier... Okay, die töten wir einfach, ne? Das sind... Wir sind mehr als die. Ja, aber nicht mehr alle gleich werden. Ja, gut, da helfen wir den Wölfen schnell. Ganz fix jetzt. Soraka stirbt nur leider gleich, wenn sie nicht mal aufpasst. Ja, soll Soraka sich halt da aufpassen. Fertig. Sollte sie nicht mal aufpassen. Ja, richtig. Das ist das größte Problem. Soraka gebased. Wir brauchen dich hier gerade nicht. Das wäre besser, wenn du den... Egal, mach was willst. Wäre ein Pulver, was ganz, ganz feines. Boah, edel. Edelst. Hat die Aoife kein Smite mit, ne? Ähm... Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ich bin da gezentert übrigens. Loil. Da sind ja noch welche. Ja. Was sag ich denn, Gerhard? Ich hab's gemacht drauf da. Nicht gehört. Okay, Reich, dankeschön. Let me guide you. So. Wie will ich denn hier viermal... WTF? Wo ist die Bear Stands? Ja, hab ich mich leider gerade verdrückt, muss ich zugeben. Oh, schön. Verpiss dich, Penner! Ich bin der dick aus. Du Scheiße, ich kann nicht mit dir gehen, hier. Guck! Hätte ich meine Bear Stands verhalten, dann sogar First-Split. Nein. Ich bin First-Int-Split! Oh Leute! Oh Leute. Oh Leute! Ja, die Eve riemt hier wie ein Gott. Habt ihr jetzt nicht die... nicht den DMF bekommen, wenigstens? Nein. Doch. Ne, nein. Oh, gosh. Leute, Leute, Leute. Leute. Das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr richtig. Die hat doch schon geflasht gegen mich. Oder hat sie genug gehealt? Ich glaube, sie hat geflasht. Doch, sie hat geflasht, die EMF. Die EMF hat eben geflasht. Nee, die EMF war auf die EMF. Ey, die ist so übel. Die steht auf einmal neben mir. Nein! Ich komme ja schon mit dem Pinkwort zu dir gehastet. Sehr nett, ja. Wo ist denn die EMF? Wahrscheinlich B... Es ist top. Ja, die hatte kein Leben vorhin. Die haben wir ja fast gemacht. Leider nur fast. Ich versuch sie zu gucken, wenn sie last zittet. Move Speed! So, die andere ist auch wieder da. Ja, wie schön. Wie schön. Ein Pinkwort wäre ganz nett, weil sie gerade weg ist. Ja, ich weiß. Ist sie gerade weg? Ja, also... Alter, ihr wollt mich doch... Oh Leute, was macht denn ihr da unten? Das ist naiv. Come on, Leute. Das könnt ihr doch jetzt nicht bringen. Das ist naiv mit dem First, bleibt mit Gold auf der Hand. Oh ja, aber das hat sie nichts davon gemacht, weil sie auf der übrigen Base war. Das ist so ein schlechtes Argument, was ich je gehört hab. Sie hätte Gold, wäre sie Base gegangen. Ja, schön. War sie aber nicht. Also Gold hat sie vermutlich auch so. Ja, aber sie war halt nicht Base. Das heißt, sie könnte jetzt 100.000 Gold haben. Sie wäre davon nicht stärker. Dann stell dich nicht so affig hin, dass du daran stirbst. Pass mal auf, was du sagst. Ne, ich weiß, was ich sag. Dann solltest du's vielleicht nicht laut sagen. Ja, doch. Ich hab da jetzt gar keine Angst. Du weißt ja nicht mal, wo ich bohne. Hahahaha. Ich weiß es auch nicht. Du wüsstest, es wird so den Weg finden. Na ja. Äh, ich weiß nicht. Ich glaub, Mitte Gang mit den paar Leben, das lohnt sich nicht ganz, ne? Ich mach noch einmal Wölfe, geh Base, dann komm ich Gang her. Ben, wie sieht's aus mit einem Wad? Ich will jetzt gerade nicht nach vorne laufen. Oh mein Gott. Wenn du kommst, können wir gehen, aber alleine geh ich da nicht hin. Wartet doch kurz, ich geh mir eben Oracles holen und dann komm ich zu euch. Irgendjemand schon den Jungler gesehen? Nein. Nöp. Oh, ich hab ihn. Nevermind. Nevermind, I got him. Easy peasy, ja, Hilfe. Ein Lob auf, hier. Da ist der Jungler. Oh, ich hab ihn nicht gefunden. Chillen aber noch. Ja, ich komm runter. Ja, ich komm runter. Was für damage machen die denn? Erster ist Top. Ich komm runter ganken. Mit meinem sicken Oracles. Also die Evelynn haben wir gerade wieder. Ja, ich bin gleich da. Für insane Gangs of Death. Auf die MF! Go! Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Schön ist, dass ich hier über den Mods gehen kann. Beim Ultra Early Oracle. Der Fizz. Guck mal was der sich baut. Ist der dumm oder ein Genie? Ich hab die schon zwar getötet, aber... Was macht er? Was will er damit? Weiß das alles. Wie fern? Eve ist hier. Enden ist sie doch. Ja, aber sie ist hier wieder auf der Lane. Darum gehts. Ach komm. Soll ich mal oben ganken kommen? Kannst du machen. Aber der Trolling ist das übelste Trollteam. Ganz ehrlich. Ein Fizz der sich... Ein Elixier rusht. Ich bin wieder tot. Es macht echt keinen Spaß. Junge. Äh, oh scheiße. Ich auch. Oh, ich hätte doch... Musst du früher sagen. Das kann ich nicht... Oh, ne Leute. So geht das nicht. Ich kann gar nichts machen. What? Ich hätte mich ja retten können, hätte ich das gesehen. Ja. Wer ist exhausted, dann steht sie neben dir und fertig. Wo steht Nähe dann? Oh mein Gott! Du musst ein Stück nach vorne lassen. Was ist denn mit dir? Echt mal. Ist nicht so, als ob ich den Spaß selber machen. Come on! Guck mal kurz auf der Blue-Buff ist. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja der Blue-Buff ist da. Komm wir clown ihn schnell. Hast du doch nicht ernst gemeint. Pass da bitte rauf, dass ihr den, äh... Kartus in der Mitte haltet. Graves, lauf. Sehr schön. Danke, Jan. Also, Shen? Yo, hab dich. Shen? Sachtel... Geben aber auch Beck nicht, dass die Hilfe nochmal zurückkommt. Oder wir versuchen es mal, aber... Ja, weiß gar nicht. Wo ist sie denn grad? Wir sehen sie gar nicht, ne? Wir sehen den Blue-Buff in der Gegend. Ah doch, da hinten ist sie. Du kriegst gleich einen Blue-Buff-Oriana, ne? Ja, jetzt ist mein Top-Tower nämlich weg. Ja, was passiert, wenn da zwei pushen? Ähm, Oriana, ready for Blue-Buff? Mhm. Rush dahin, wie ein richtiger Udyr, wie ein Mann. Ähm... Ja, das war mein Top-Tower. Ja, passiert. Ja, passiert. Top-Tower ist nicht so wichtig in dem Spiel, wenn hier schon... Der Carry gefedert wird, ist ein bisschen schlimmer. Wie kommt Mitte? By the power of the stars! Danke. Bitte? Ich gucke, ob ich mit dem Mitte ganken kann, ne? Mh... Kriegen. Miss Fortune ist wieder bot. Der Kartus ist gut. Ja. Bei uns fehlt immer noch, äh, die andere Dame. Eve. Eve. Na, die wird den Grusel des Spiels... Go! Ah, jetzt gibt's Flash-Pass. Ich komm runter, ne? Zum Gank. Wo habt ihr die Eve zuletzt gesehen? Nirgendswo. Bei uns in der Linken. Da ist die MF! Damals! Spot-Land vor sich zweit. Oh, hier ist sie. Gold, ne? Ich hab noch kein Ult. Ich hab noch kein Ult. Miss Fortune ist weg. Wir sollten gleich schon nicht rausgehen. Jetzt kommen wir hinter uns raus. Ja, guck dir jemand will. Bei mir. Mein Vision Ward ist gerade abgelaufen. Ich könnte gleich mal für dich die Lane checken. Ich wollte eben einen Red Buff machen, wenn es geht. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt... Ach du Jemini, ach du... Ihr seid tot. Scheiße. Ja, die Eve ist auch da. Ja, hier sind alle. Oh Gott, das ist vier Stück. Es sind vier Leute. Ja, nein. Wir wollen uns Drake for free. Nehm ich mal an. Ja, Bodlen ist völlig verloren. So, ich bin mal Katos ganken. Ich bin den Arsch retten nach Möglichkeit. Geult. Ja. Na, schade, Leute. Ich kann nicht mehr viel machen. Ja, das... Kannst nichts machen. Na, was denn das von zu loren? Die hat mich geultet. Ach du Scheiße. Ach. Voll das Troll-Team, Alter. Ja, aber sie schaffen es. Oh mein Gott. Ah, jetzt kommt der... Ah, hier kam wirklich die entscheidende Sekunde. Oh, fuck. Ja, wir haben auch Steer Rewards, ne? Das ist... Quatsch. Ich bin mal Skype raus. Ja, das TS raus. Sonst reg ich mich nur unnötig auf. Gott, ich weiß warum ich ihn hasse. Für mich. Alter. Ich werde hier gedeift wie sonst was von... allem. Außer zwei. Ich hab schon mal erwähnt, dass ich nie wieder mit ihm spiele. Ja. Ja. Ja, aber übel. Vor allen Dingen, als ob man irgendwas dafür könnte. Ich hab Angst, die Creeps zu farmen. Ja, das glaub ich nicht. Willkommen im Club. Komm. Toll. Ich hab ihn nicht genommen. Ja, ich aber auch nicht. Ja, okay. Geh da nicht hin. Ja, wohin denn? Mitte, irgendwo anders. Fahren wir im Jungle hin? Ja, Mitte ist genauso das Problem. Jungle ist leer. Die Wölfe sind auf jeden Fall da, demnächst. Oh, shit. Ah. Wir sollten uns mal sammeln, weil... die machen ja nur das gleiche. Ja, wir können nichts dagegen machen. Guck dann, wie wir etwas weiter im Zwischen haben. Ja. Und die machen Greg. Die OCS hat zwar den Kartus, aber... Ja, das macht nichts, dass ich die Miss Fortune zählen kann. Ich hab auch den Fizz OCS, aber... Vorsicht, die kommen wir gerade hin. Miss Fortune macht sie! Dann brauche ich ja mal etwas Hilfe. Ja, meine Hilfe habe ich bitter bereut, möchte ich sagen. Hier ist... ... überhaupt nichts. Geht mal hin. Wenigstens etwas. Kartus kommt von links. Alter, es ist doch so verloren. Ich weigere mich eigentlich gegen einen naifen Gegner zu verlieren. Ich weigere mich eigentlich gegen einen naifen Gegner zu verlieren. Das kann doch nicht sein, dass wir damit... I heed their call For kiss of mine Vector Oh, Lissinger is also there I would say towering For peace of mind Your team has destroyed a turret Oh, Lissinger Oh, Lissinger My path is gone Be careful He's dead I'm scared Let me guide you To be careful To be careful To be careful I'm also a threat You should be careful I need to be careful Was?! What the fuck, der war sowas von da drin? Oh mein Gott Ja, ich... Alter Ich hoffe, der Kiss zerstört keinen Okay, das kill jetzt erstmal Oder jeden, den wir kriegen Klar, weg hier Das ist so ein Lockvogel oder so Und eigentlich ist die Ding hier... Die Leute sollten wir mal dürfen Ich geh hin Ob diese Locktypen eigentlich auseinander, Leute? Kann irgendwer den Weg haben? Hinter dir, hinter dir! Ja, das meine ich nämlich Nicht gut Der Neff kommt auf Draufhorn, okay, draufhorn Mach ich doch! Draufhorn Da sind vier Leute, ihr sterbt Ja, ich bin schon drauf Ja, stopp War dumm, sich zu trennen, wirklich Sehr dumm Verzeihung Schreiben die dich an? Ich glaube, sie versuchen es Ah, Elven hat dich gekriegt Was? Oh mein Gott, man kann ihn nicht kriegen Echt? Das ist lieber Also wie sieht's aus mit dem Red? Versuchen oder nicht? Äh.. What the fuck Was? Drauf, 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 drauf! Schön Schauf weiter, ich kann ihn Lauf Hier ist noch ein Stringer Katus zu mir Ey mein Gott Gut Job Florian, dennoch Ja Geht zu den Farmen? Ja Hinter euch Hinter uns Nicht da reinlaufen Nö Kommst du von hinten? Kannst du deinen Smokes für mich setzen? Ich? Ja Oh mein Gott Ja Alter Dicke, ihr kommt hinterher Dicke, ihr kommt hinterher Ich habe keine AP mehr Nein, Cookie Heel is down, Heel is down Weg von Oh mein Gott Ach den, ach Den hatte ich noch ganz vergessen Bitte Dicke, ihr geht Jäkst Dicke, ihr seid Ich erneu den Krag Ich heele den Krag Die Flur Keine Du Die Flur Was Du Jäkst Dicke, ihr seid Oh, ist das jetzt in Ernst? Schon wieder. Alter! Okay, ich bleib am besten einfach in der Basis stehen, die Hälfte der Kills geht auf mich. Oh yeah! Schönes Flashtornd. Tatsache, nur noch Fiss lebt. Aber jetzt hat er es gesehen. Er hätte einen Top-Mittel-Pushen sollen. Soll er nicht pingen, dann soll er was sagen. Jan, clearst du mal den Red Buff? Da steht immer noch ein Vieh. By the power of the stars. Jopp. My path is clear. Wie lange kannst du dein Bällchen eigentlich irgendwo rumliegen lassen? So lange wie ich möchte, so lange ich in der Nähe bin. Okay. So lange wie ich in der Nähe bin. Machst du, Rake? Oh, great! Wenn du gehst, sag Bescheid! Gott, ult! Ich hab ult! Nicht! Glaub! Ja, nach Möglichkeit tue ich das. Ich hab das. Danke sehr. Pfff! Auf schnell in die Base, bevor Kartos Ulti kommt. Oh, du hab das gerade nicht. Ja. 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 Wo fangen denn mal an? Ich bin mir nicht sicher, ob wir echt zu weit rauspushen sollten. Das sollte jetzt zurückgehen, oder? Ja, geht mal auf die Bot-Land. ein Deft ja dann brauchst du Ekes oder ich? ich spiel gerade so rein ja oder Groco Liphonius geht dahin WTF? Warum ist die dauernd? WTF? Ich komm einmal nach vorne und bin schon wieder low WTF? Ja du kommst wenn ich sitz davon Warum ist die die ganze Zeit in der... Danke sehr So old Lauft, lauft, lauft Ach scheiße Gehen wir doch einfach mal alle zurück und heilen uns Scheiße Oh mein Gott Lissinger WTF bin ich... sorry Stun mal einer den Lissinger Ich glaube es nicht Ich mach den... mach den fit Alter Alter der macht so einen Schaden Gott ich fick ihn aber nicht kaputt Er ist so witzlos Ja, schon So ein ultimatives Troll Team Das funktioniert Ja 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 Du hast den Disturbedürfst, hast du den Disturbedürfst? Also... ...weißen Runden... Ich kann nirgendwo hinlaufen, ich kann nicht mehr fahren. Jetzt hab ich wieder ult. Ist auch alles weg. Geh mal in den gegnerischen Jungle, vielleicht kann ich da fahren. Warte ich, du musst. Oder warte nicht? Nee, warte ich auch nicht. Ja, dann geh ich zu Shannon in die Mitte. Zurück, zurück, zurück! Oh ja, das mein ich. Sorry, warte. Na, ich kann heute noch rein. Geh mal, du musst warten. Das Spiel ist echt sinnlos. Ich brauch mal jemanden der Top-Deft. Geh, kommst du? Geh, kommst du? Hm. Was war das gerade hier? Red was vermischte. Was war das gerade hier? Ich geh mal zu den Barren, die da alle unten sind. Geh, kommst du? Mein Weg ist sicher. Geh, kommst du? 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 Oh mein. Oh mein Gott, ich bin tot. Schon wieder. Ja, Inhip hier und so. Schmeißen auch alles auf mich drauf, ey. Ja, die Evelynn macht 1100 Physical Damage. Ja, du wirst es. Ben, vorsichtig, ich glaub die kommen zu dir. Ja, danke. Ja, das Gefühl hab ich auch. Ach, du warst schon am Teleporten. Wie vorausscheuend. Ja, das Gegnerteam ist so ein Witz. Ja. Aber es funktioniert. Torian, aber es funktioniert ist nicht der Punkt. Funktioniert nur, weil wir schlecht spielen. Es funktioniert nur, weil ich Stats von 1 zu 10 habe mittlerweile. Ich jedes Mal tot bin, sobald irgendwer auf mich drauf geht. Was ist denn mit den Minions verkehrt? Was ist denn mit den Minions verkehrt? Wir laufen einfach mal dem Udi hinterher, vielleicht wird es ja was. Äh. Oh, hinter uns. Ja, Splitten und so, ne? Ja, Splitten und so, ne? Was machst du hier? Okay. Oh mein Gott, da flasht der raus? Oh mein Gott, ja das war... Doch zu wert, Gage und das wieder doch nicht. Ja, das läuft dann wohl unter ferner Liefer. Ja, in etwa so. 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 Das war eben richtig nämlich. Ich hatte meinen Ball auf Udi und der stand genau drin, und dann zack war auf einmal... Ich weiß nicht, ob er rausgeflasht ist, habt ihr das gesehen? Und dann... Ne, genau in dem Moment hab ich meinen Ulti gemacht und es hat niemand getroffen. Oh man, da... Ja, ich bemühe mich gar nicht mehr rauszugehen. Ich auch nicht. Ist relativ sinnvoll. Komm, Lee Singer, spring nochmal zu mir hin, dann bist du auch glücklich. Ah... Der Witz. Kind jutel. Jawohl! snowse... König kong die 0. 4 Is M 1 2 2 1 3 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020